Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier zu dieser Top-Liste. Letzte Woche habe ich euch ja meine Lieblings-Kenner- und Expertenspiele des Jahres 2023 vorgestellt und heute möchte ich euch meine Lieblings-Familienspiele vorstellen, die ich in 2023 gespielt habe. Ich war tatsächlich ziemlich überrascht, wie viele das am Ende dann doch waren. Ich dachte eigentlich immer, dass mein Fokus doch eher auf den Kenner- und Expertenspielen liegt, aber doch, das ein oder andere Familienspiel hat sich dann reingeschummelt in mein Spiele-Repertoire, was natürlich auch normal ist, denn ja, solche Familienspiele gehen auch meistens immer gut als Absacker, aber auch das ein oder andere größere Familienspiel ist jetzt dabei. Falls euch noch interessiert, was ich alles genau gespielt habe oder wie viel ich gespielt habe am Anfang des letzten Videos, das von letzter Woche mit den Kenner- und Expertenspielen, gehe ich ganz kurz noch auf die Facts ein, was ich in den BGStats zum Beispiel getrackt habe. Verlinke ich euch gerne nochmal, falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, schaut da gerne rein und dann würde ich sagen, starten wir doch jetzt einfach mal mit Platz 10. Und Platz 10 geht an ein Spiel, was ich so im Detail, glaube ich, noch gar nicht so richtig vorgestellt habe auf meinem Kanal. Ich warte immer noch so ein bisschen darauf, wann der richtige Moment ist, ein Einzelvideo rauszuhauen, denn ich finde dieses Spiel wirklich gut und überraschend gut, muss ich eigentlich sagen, denn es ist tatsächlich was für Familienspieler, aber auch Kennerspieler kommen bei Nunatak auf ihre Kosten. Bei Nunatak bauen wir zusammen einen Eistempel mit solchen kleinen Eisklötzen und den bauen wir tatsächlich so in eine 3D-Ebene. Und wir müssen dann unsere Eisklötze nach und nach auf das Spielbrett platzieren und je nachdem, wie schlau wir diese platzieren, bekommen wir dann unterschiedlich viele Punkte für zum Beispiel vervollständigte Spalten oder für vervollständigte Quadrate. Und dann geht es noch darum, solche Baukarten zu ziehen. Man zieht quasi immer, wenn man am Zug ist, eine Karte aus der Auslage, die dann auch tatsächlich bestimmt, wo man seinen Eisklotz draufstellen kann, auf welches Symbol. Und diese Karten haben dann ja unterschiedliche Punktemechanismen. Da gibt es Karten, die einfach pro Karte Punkte geben. Da gibt es Karten, die in Kombination mit anderen Sachen Punkte geben. Und so versucht man dann, diese einzelnen Karten in möglichst effektiver Weise zu sammeln und gleichzeitig auch noch effektiv seine Eisklötze auf dem Board zu platzieren, um dann die meisten Siegpunkte zu machen. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe es tatsächlich auch direkt zu Weihnachten an meine Nichte verschenkt. Da steht die Erstpartie allerdings noch aus. Und ich muss sagen, ja, wirklich sehr gelungenes Familienspiel, bei dem auch Kennerspieler so ein bisschen auf ihre Kosten kommen durch diese Set-Collection mit den Karten. Tolles Ding, vor allen Dingen auch mit den Komponenten. Das macht schon was her mit diesen Eisklötzen und dem Tempel, den man dann baut. Mit diesem Eistempel sehr schön gemacht, muss ich sagen. Dann kommen wir zu Platz 9 meiner Top 10 Familienspiele aus 2023. Und der Platz 9 geht an das Spiel Mantis. Und mit Mantis ist nicht das Flugabwehrsystem gemeint, sondern tatsächlich die Fangschrecke. Es ist eine Unterart der Fangschrecken. Und diese Fangschrecken sind auf diesen Karten zu sehen, die wir in der Hand haben oder beziehungsweise die auch auf dem Stapel sind und in unserer Auslage. Das ganze Spiel besteht quasi aus einem riesigen Stapel voller Mantisse in verschiedensten Farben. Und dann geht es darum, diese Mantisse vor uns zu sammeln in den Reihen. Wir wollen möglichst gleich viele einer gleichen Farbe haben. Und dann wollen wir im richtigen Moment diese Mantisse scoren. Das können wir aber nur machen, wenn wir eine Karte ziehen und dann vorher ansagen, dass wir scoren wollen, die dann die gleiche Farbe hat wie unsere Reihe von Mantissen. Und dann muss man aufpassen, dass einem die Mantisse nicht vorher geklaut werden. Denn die anderen Spieler oder auch man selbst kann von anderen Spielern verschiedene Mantisse klauen. Man zieht quasi genauso wie, als wenn man werten wollen würde, eine Karte vom Nachziehstapel und muss dann aber sagen, bei wem man klauen möchte. Und wenn der Spieler dann die Farbe hat, die man da gezogen hat vom Stapel, dann kann man da seine Mantisse klauen und somit ihm Punkte wegnehmen. Und dann geht es darum, die möglichst viele Punkte zu sammeln, was man dann macht, indem man schön möglichst viele Reihen von Mantissen wertet. Ein sehr cooles und lustiges Spiel, bei dem ich so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, weil ich es, glaube ich, in der falschen Spieleranzahl gespielt habe. Es funktioniert mit wenig Spielern wirklich nicht so toll. Also ihr solltet schon fünf, sechs Spieler sein. Ich glaube, man kann es maximal bis sechs spielen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Also mal gucken in meiner Einblendung hier. Auf jeden Fall, je mehr Spieler, desto besser. Ein sehr cooles, kleines, lustiges Partyspiel mit so einem Ärgerfaktor, wo man sich dann auch auf Leute so ein bisschen einschießen kann. Und so, ja, richtig cooles Fun-Game. Mantis auf Platz neun. Auf der Acht ist bei mir ein kleines Kartenspiel gelandet, bei dem ich wirklich froh war, dass es das gibt, weil es eine sehr coole Uno-Alternative darstellt. Ich habe dazu auch ein Einzelvideo gemacht, könnt ihr euch sonst auch gerne nochmal anschauen. und bei Pass nicht ist quasi der Name Programm. Wir müssen eigentlich genauso wie bei Uno Karten ablegen in die Mitte und wir wollen natürlich unsere Karten irgendwie loswerden. Aber der Clou ist, dass wir noch eine zweite Hand haben, eine zweite offene Hand. Und dann muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt quasi eine Muss-Hand und eine Kann-Hand. Also die ganz normalen Karten, die man auf der Hand hat, die kann man halt spielen. Und die Karten, die offen vor einem ausliegen, die muss man in bestimmten Situationen spielen. Und so entsteht, ja, anders als bei Uno, noch so eine zweite Ebene. Man hat zwar nicht wie bei Uno diese, ich ziehe vier Karten und du musst aussetzen und so weiter, nicht diese Spezialkarten. Aber es ist dadurch, dass wir, ja, diese zwei Ebenen handeln müssen mit unseren Handkarten und dann auch so ein bisschen, ja, bei den Gegnern gucken müssen, okay, was haben die denn ausliegen? Ja, okay, der hat jetzt irgendwie da so eine sechs ausliegen, die will er dann auch irgendwie punkten. Dann spiele ich doch lieber mal da irgendwie auf eine Sechs und dann muss er die halt legen, weil er vielleicht keine andere Sechs mehr auf der Hand hat. Da, ja, entstehen auch ganz lustige Situationen. Und ich muss sagen, für so ein wirklich sehr kleines Kartenspiel, was auch, ja, nicht so wirklich viel hermacht, wenn man sich das anguckt und wenn man sich die Packung anguckt, dann denkt man, ja, okay, das ist irgendwie so 0815-Ding, ist bestimmt nicht gut. Doch ist es, also es macht wirklich sehr viel Spaß und, ja, in dem Spiel steckt wirklich mehr, als man im ersten Moment denken mag. Kommen wir zu Platz 7. Und auf Platz 7 ist auch wieder ein kleines Kartenspiel, was wirklich unglaublich schön illustriert ist und was auch einen wirklich sehr fluffigen und angenehmen Spielflow hat, muss ich sagen. Five Towers, von Five Towers ist die Rede. Five Towers ist ein Spiel, bei dem wir verschiedene Türme bauen müssen. Es gibt quasi, ja, Karten von, ja, so Turmkarten in verschiedensten Formen oder aus verschiedensten Materialien. Also wir bauen Türme, so einen Holzturm, wir bauen so einen Sandturm, so einen Metallturm und dann gibt es so eine Draft-Mechanik in der Mitte und dann, ja, man muss tatsächlich einfach seine Türme so hoch bauen wie möglich, aber man darf natürlich nur die Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge bauen. Und es gibt zwar noch so Spezialkarten, wo man die Reihenfolge so ein bisschen umkehren kann, aber grundsätzlich ist es so, dass ich von hoch nach niedrig meinen Turm bauen möchte. Und wenn ich dann am Zug bin, dann muss ich überlegen, okay, wie viele Karten von der Auslage, die da jetzt in der Mitte liegen, kann ich eigentlich nehmen, will ich eigentlich nehmen? Und dann biete ich quasi eine Zahl und sage, ja, okay, von diesen fünf Karten, die hier liegen, ja, dann möchte ich drei nehmen. Und wenn der Spieler, der nach mir an der Reihe ist, nicht eine höhere Zahl bietet, dann kann ich mir drei Karten aus dieser Auslage nehmen. Bietet er eine höhere Zahl, zum Beispiel dann vier Karten, ja, müsste er, ist das sein aktuelles Gebot und der Spieler nach ihm muss dann entscheiden, ob er vielleicht nochmal rüber geht. Und ja, derjenige, der dann quasi auch das höchste Gebot hat, selbst wenn es dann fünf Karten sind, muss dann diese fünf Karten nehmen, sofern er sie natürlich anbauen kann. Also man darf natürlich nichts bieten, was man nicht anbauen kann. Und so baut man sich dann seine Türme und kriegt dann am Ende Punkte für seine Türme, je nachdem, ob man dann noch eine Turmschwitze gebaut hat, vielleicht auch nochmal Doppelpunkte. Ist wirklich sehr schön gemacht. Und man muss auch sagen, die Illustrationen, obwohl es ja eigentlich nur so kleine Türme sind, sind super, weil es einfach extrem viele Referenzen auf die Popkultur gibt. Ich habe keine Übersicht, was alles, aber immer wenn man irgendwie auf eine Karte guckt, entdeckt man wieder was Neues oder ja, man fragt sich, okay, was ist das jetzt für eine Referenz? Kann man auch bei Instagram mal gucken. Es gibt auch viele Leute, die sich damit beschäftigen oder auch in den Foren und ja, ist immer wieder witzig zu sehen, was für Referenzen da auftauchen. Sehr schönes Spiel mit einem sehr schönen Flow. Dauert auch nicht allzu lange. Five Towers bei mir auf Platz sieben. Dann kommen wir zu Platz sechs und Platz sechs geht an Trio, welches ein Mechanismus hat, den ich eigentlich gar nicht so sehr mag, bei dem ich sagen würde, hm, ist eher nicht so meine Art Spiel, aber ich muss sagen, in der Kombination und so wie es dann Trio auch macht, hat mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es geht nämlich um den Memory-Mechanismus, bei dem ich einfach sage, ja, weiß ich nicht, es fühlt sich immer nach Arbeit an und so nach undötiger Arbeit und ja, okay, wenn man sich dann konzentriert, dann behält man das und dann ist es auch okay und dann hat man die Information und wenn man dann abgelenkt ist, dann fehlt einem eine Information, die andere haben und es ist eigentlich total unnötig. Macht natürlich irgendwie klar, wenn man irgendwie Memory spielt und es geht nur darum, und man das vielleicht mit Kindern spielen, macht das irgendwie alles Sinn, aber grundsätzlich finde ich Memory-Mechanismen nicht so toll. Bei Trio stört mich das überhaupt nicht. Wir wollen bei Trio Trios sammeln, oh Wunder, das kommt überraschend und es geht einfach darum, Zahlen zu sammeln und richtig aufzudecken. Wir haben alle Handkarten in der Hand und es gibt noch eine Auslage in der Mitte von verdeckten Karten und dann müssen wir unsere Handkarten von niedrig nach hoch sortieren und wenn wir dran sind, dürfen wir immer die niedrigsten oder die höchsten Karten von uns oder auch von anderen Spielern aufdecken und dann müssen wir es schaffen, ein Trio zu sammeln, indem wir drei gleiche Zahlen hintereinander aufdecken. Haben wir das geschafft, können wir dieses Trio behalten und wir sind dem Sieg quasi ein bisschen näher gekommen. Haben wir es nicht geschafft, haben wir Informationen preisgegeben, die Karten kommen alle wieder zurück und der nächste Spieler ist an der Reihe. Ja und so geht es darum, möglichst eins zu schätzen zu können, wer welche Karten auf der Hand hat, bei wem welche niedrigsten Karten auf der Hand sind, bei wem welche höchsten Karten auf der Hand sind und da ja auch in der Mitte noch verdeckte Karten liegen, gilt es auch da Karten aufzudecken und sich dann zu merken, welche Karten wo lagen, also sich dann die Informationen zu merken. Sehr schönes Spiel, gibt es auch noch in verschiedensten Varianten, man kann es auch als Team spielen, gefällt mir auch sehr gut, hat irgendwie immer wieder Spaß gemacht und man muss natürlich sagen, der Glücksfaktor, ja der ist einigermaßen hoch, wenn Leute gleiche Karten auf der Hand haben, dann können sie natürlich immer bei sich irgendwie die niedrigsten und höchsten Karten aufdecken, aber ja das hat dem Spiel bis jetzt noch keinen Abbruch getan. Eigentlich haben wir immer mehrere Runden hintereinander gespielt und dann gleicht sich das natürlich auch so ein bisschen aus. Ganz, ganz tolles Kartenspiel. Das waren schon mal die ersten fünf richtig coolen Spiele und bevor wir weitermachen mit den Plätzen 5 bis 1, würde ich euch natürlich gerne noch einmal animieren, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Klickt einfach auf den Abo-Button, am besten macht ihr auch noch die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ich ziehe daraus tatsächlich extremst viel Motivation, wenn ich merke, dass mein Kanal wächst und dass euch meine Videos gefallen. Also auch gerne den Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Plätzen. Platz 5 geht an ein Spiel, bei dem man vielleicht argumentieren könnte, dass es gar kein Familienspiel ist, sondern schon ein Kennerspiel und ich würde auch alle verstehen, die das jetzt erbost in die Comments schreiben. Aber ich habe es einfach auch mit vielen Familienspielern gespielt und es ist immer sehr gut angekommen. Ich finde, die Regeln sind dann doch so einfach, dass man es auch als Familienspiel betrachten kann. Es hat aber auch die Tiefe, um ein Kennerspiel zu sein und die Rede ist von Cat in the Box. Ich war wirklich froh, dass ich jetzt im Herbst Cat in the Box ergattern konnte, was ist ja bei Pegasus-Spiele rausgekommen, nachdem es vorletztes Jahr ja doch in so einer Deluxe-Version ziemlich teuer auf der Messe zu haben war. Und ja, es hat mich gecatcht. Ich muss sagen, es ist endlich mal ein Stichspiel, was ich mag. Ich bin ja, also ich habe wirklich sehr viele Stichspiele in der letzten Zeit gespielt und ich sage auch immer, okay, viele Spiele haben irgendwie so einen besonderen Kniff und das macht auch Spaß und es macht auch irgendwie Sinn und das sind wirklich gute Spiele. Aber keines von diesen Spielen hat mir wirklich dann immer so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt nochmal spielen, das will ich jetzt nochmal spielen und nochmal und nochmal und nochmal. Und bei Cat in the Box war das einfach der Fall. Ich finde, erst mal das Thema finde ich mega, dieses Schrödinger-Katze-Thema, man kann einen Paradoxon erzeugen und dann ist die Runde irgendwie plötzlich vorbei. Ich finde es sehr cool, dieses, dass wir nur schwarze Karten haben und in dem Moment, wo wir die Karte ausspielen, entscheiden, welche Farbe die hat. Das ist einfach so super thematisch, wenn man sich, ja, wenn man einfach sich nochmal durchliest, was dieses Schrödingers-Katze-Katzen-Experiment überhaupt darstellen soll oder, ja, wie das quasi gemeint ist, auch wenn man das vielleicht nicht in der Tiefe versteht. Ja, finde ich super thematisch, finde ich mega cool und, ja, es macht irgendwie, es hat irgendwie so coole Facetten, so dieses, ich mache Punkte mit dem, dass ich die Stiche richtig ansage oder ich konzentriere mich darauf, Punkte mit diesen Klötzchen zu machen, die ich aufs Board lege und da möglichst große Flächen zu erstellen. Toll! Und es skaliert gut mit einer bestimmten Anzahl, also mit unterschiedlicher Anzahl von Spielern. Es ist wirklich ein Stichspiel, ja, was irgendwie alles hat, was so ein knackiges und cooles, besonderes Stichspiel haben muss. Auch von der Spieldauer finde ich super angenehm, ist einfach jeder einmal dran, einmal Startspieler. Es geht nicht über unendlich Runden, man muss nicht unendlich viele Punkte sammeln. Ich finde, man kann auch doch relativ gut noch, also die Punkteschwankungen sind nicht so stark, man kann auch, wenn die erste Runde irgendwie nicht so toll läuft, hat man trotzdem irgendwie noch eine Chance zu gewinnen, weil man einfach gar nicht so viele Punkte in Summe sammeln kann. Ja, muss ich sagen, ein rundum gelungenes Stichspiel, was bei denen auch noch ein tolles Thema hat, was ich auch tatsächlich einfach bei wenig Stichspielen ja, irgendwie so wahrgenommen habe, dass die überhaupt ein Thema haben. Klar, Wizard hat ein Thema, aber das ist ja nicht thematisch und da muss ich sagen, ja, legt Cat in the Box doch einiges vor. Ein richtig, richtig cooles Stichspiel. Dann auf der 4 wieder ein kleines Kartenspiel, ja, was wieder nicht so toll aussieht, weil es schon 2F-Spiele ist, aber was mich wirklich begeistert hat, vielleicht hat es nicht so die Spieltiefe, um es unendlich oft zu spielen, aber FTW fand ich von Mechanismus her cool und hat mir bei den Partien, die ich bisher gespielt habe, wirklich extrem viel Spaß gemacht. Bei FTW haben wir eine bestimmte Anzahl von Karten in einem großen Kartenstapel. Jede Karte gibt es einmal, also sagen wir mal 1 bis 67, je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt und jeder Spieler bekommt dann eine bestimmte Anzahl von Karten auf die Hand. Ich glaube, es sind 12, wenn ich mich nicht ganz, ja, und dann geht es, glaube ich, nur bis 36 bei 3 Spielern. Ja, 12 Karten müssen es sein. Und dann geht es darum, möglichst alle Karten loszuwerden, bis auf eine. Denn es ist so, dass die höchste Karte, die man am Ende noch auf der Hand hat, das Ende ist eingeläutet, sobald ein Spieler nur noch eine Karte auf der Hand hat, die gibt Pluspunkte und alle weiteren Karten, die man auf der Hand hat, gibt Minuspunkte. Und es ist nun so, dass wir in der Mitte einen Ablagestapel haben und diesen Ablagestapel müssen wir bedienen, indem wir immer eine höhere Karte von unserer Hand auf diesen Ablagestapel spielen. Das heißt, wenn dort eine 12 liegt, muss ich mindestens eine 13 legen. Es kann aber auch sein, dass ich entweder nichts legen will oder nichts legen kann. Und dann kann ich mir Hilfskarten vor, also Hilfskarten meiner Auslage spielen, indem ich eine niedrigere Karte in meine Auslage spiele, die ich später dazu benutzen darf, eine Karte quasi, ja, virtuell zu erhöhen. Und dann darf ich mir, oder muss mir, eine Karte aus dem Ablagestapel nehmen und die dann auf die Hand nehmen. Das kann dann auch eine höhere Karte sein. Und dann fängt der Ablagestapel wieder von 9 an, wird quasi resettet und dann geht es weiter. Und so kann ich dann auch später Karten ablegen, wenn da zum Beispiel eine 36 liegt und das ist die höchste Karte im Spiel, kann ich, ja, auch eine 33 legen, indem ich eine Hilfskarte zusätzlich mit ablege. Und, ja, so versuche ich dann eine sehr coole Kombination hinzukriegen, sodass ich am Ende möglichst nur noch eine richtig hohe Karte auf der Hand habe und dann, ja, maximal ein, zwei extrem niedrige Karten auf der Hand habe, wenn die Runde dann vorbei ist, um so dann möglichst viele Punkte zu machen. Sehr cooler Mechanismus. Und wir haben es neulich in der Runde gespielt und das war wirklich sehr faszinierend, weil einer hat das extrem auf den Punkt geschafft, immer genau irgendwie die höchste oder zweithöchste oder dritthöchste Karte, je nachdem, was er gerade so auf der Hand hatte oder was wir auch abgespielt haben, auf der Hand zu haben und dann maximal irgendwie eine Eins oder Zwei auf der Hand zu haben. Es war wirklich sehr faszinierend. Er hat dann irgendwie dreimal hintereinander in drei Runden dann über 30 Punkte gemacht, hat am Ende, glaube ich, über 100 Punkte. Es war, ja, da habe ich mich gefragt, okay, irgendwie, irgendwas habe ich noch nicht so ganz verstanden. Fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend und da muss ich nochmal gucken, wie er das gemacht hat. Da nochmal so ein bisschen die Taktik hinterfragen, die ich auch den letzten Runden dann gespielt habe. Ja, fasziniert mich irgendwie dieses Spiel, auch wenn tatsächlich so spielerisch es gar nicht so eine unglaubliche Tiefe hat. Aber ich finde so diesen Mechanismus mit, ich darf mir dann hohe Karten noch auf meine Hand nehmen, die ich aber eigentlich auch wieder loswerden möchte, weil wenn ich sie am Ende auf der Hand habe, ist es schlecht. Das finde ich super interessant und super spannend. FTV also auf Platz 4. Und jetzt kommen wir zur Top 3 und auf der Top 3 ein, ja, es ist ein Partyspiel. Ich glaube, es ist eigentlich kein Partyspiel, aber dieser eine Ausruf macht es irgendwie zum Partyspiel, nämlich Kabanga. Kabanga ist einfach ein sehr lustiges, kleines Zahlen-Ablegespiel, bei dem wir im richtigen Moment einfach Kabanga rufen müssen, um dann noch Karten aus unserer Hand unserem Mitspieler zuzuschieben. Auch wie quasi bei den anderen kleinen Kartenspielen, die ich auch schon erwähnt hatte, geht es darum, dass wir unsere Handkarten möglichst schnell loswerden. Und hier läuft es aber so ein bisschen über einen anderen Mechanismus. Wir haben nämlich in der Mitte drei so eine Masken liegen und links und rechts von den Masken liegen jeweils Zahlenkarten. Und nun können wir Karten ablegen und zwar immer, ja, je nachdem, in welcher Differenz die dort gerade liegen. Und wenn dann, wenn quasi die Differenz zu der Karte, die wir dort hingelegt haben, also zu der anderen gegenüberliegenden Karte zu groß war und da noch Karten zwischenpassen und meine Mitspieler diese Karten auf der Hand haben, können sie halt ganz laut Kabanga rufen und mir diese Karten zuspielen, sodass ich dann, ja, dass sie die Karten dann quasi loswerden und ich muss dann dementsprechend viele neue Karten vom Ablage, vom Nachziehstapel nehmen und ja, so muss ich dann ein bisschen schauen, okay, wann spiele ich wo, welche Karte hin, wo ist es gerade günstig, muss so ein bisschen abschätzen, was meine Gegner auch auf der Hand haben. Natürlich auch hier ist ein kleiner, lustiger, mathematischer Kniff irgendwie drin, aber ist natürlich sehr glücksabhängig, sehr swingy, je nachdem, was für Karten ich auf der Hand habe. Manchmal passt es halt irgendwie perfekt und ich habe immer genau die richtigen Karten auf der Hand, um die Lücke so klein zu lassen, dass meine Gegner gar keine Karten loswerden können und manchmal habe ich einfach immer die falschen Karten auf der Hand, aber ja, darum geht es bei solchen kleinen Kartenspielen auch nicht, sondern das kann man einfach mal richtig fluffig mittendrin als Absacker oder als zwischendurch Starter oder was auch immer spielen und ja, mit diesem Kabanga rufen ist einfach immer lustig, so den Leuten die Karten zuzuschieben, dann ärgert man sich kurz, zieht neue nach und dann geht es halt weiter so. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hat mir unglaublich viele Partien gespielt jetzt in diesem Jahr, ja, tolles Ding, ist auch immer noch in meiner Sammlung und wird auch erstmal noch da drin bleiben. Auf Platz 2 habe ich ein Spiel, was ich nur, ja, ich würde sagen, fast durch Zufall mitgenommen habe oder so ein bisschen auch Verdacht mitgenommen habe letztes Jahr auf der Messe. Ich stand beim Stand, bei dem es auch Namiji zu kaufen gab, so ein Balance-Spiel, was tatsächlich ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft hat und dann habe ich mir auch Far Away mitgenommen. Das stand da rum und ich dachte, ja, das sieht ja irgendwie ganz nett aus. Ich wusste aber tatsächlich gar nichts über das Spiel und dann nach der Messe hat sich so ein bisschen entpuppt, dass das so ein kleiner, ja, dass das so ein kleiner Geheimtipp geworden ist oder zu so einem kleinen Hype-Titel und da war ich tatsächlich dann sehr glücklich, dass ich, ja, auf Verdacht irgendwie so ein Exemplar mitgenommen hatte und ich muss sagen, Far Away ist für mich so ein bisschen das Einsteigerfreundliche Fantastische Reiche. Es hat natürlich nicht die gleichen Mechanismen, aber es fühlt sich so ähnlich an, muss man sagen. Bei Far Away ist es nämlich so, dass wir acht Karten in unserer Auslage spielen. Bei Fantastische Reiche haben wir quasi am Ende der Partie auch eine bestimmte Anzahl von Karten und auch diese acht Karten, die wir in unserer Auslage spielen, die werten wir. Und zwar ist es so, dass wir, ja, dadurch, dass wir jede Runde eine Karte spielen müssen, diese Karten nacheinander spielen und wir können aber die Karten nur in einer bestimmten Reihenfolge werten, nämlich von hinten nach vorne. Das heißt, vor der Wertung, nachdem ich also alle Karten ausgespielt habe, drehe ich alle Karten um auf die verdeckte Seite und dann drehe ich von hinten nach vorne alle Karten nach und nach wieder auf die offene Seite und kann diese dann werten. Das bedeutet, dass, ja, die erste Karte, die ich gespielt habe, die hat alle Karten hinter sich natürlich offen liegen und kann auch auf alle Symbole und auf alle Sachen, die die anderen Karten ihr bieten, zurückgreifen. Und die letzte Karte, die ich gespielt habe, die kann halt nicht auf diese ganzen Symbole zurückgreifen, die die Karten, die noch umgedrehten Karten vor ihr hat. Und, ja, dann geht es darum, coole Kombinationen zu spielen. Also, ja, bestimmte Karten brauchen bestimmte Symbole, damit sie punkten. Es gibt unterschiedliche Farben, dann gibt es noch die Möglichkeit, solche Zusatzkarten zu ziehen, wenn man in aufsteigender Reihenfolge seine Karten spielt. Und, ja, es ist ein wirklich sehr schönes Spiel, bei dem wir, ja, natürlich auch wieder mit einem gewissen Glücksfaktor rechnen müssen, aber was, was irgendwie so unaufgeregt pfiffig ist, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber dieses, ich kann jede Runde eine Karte mir aus der Auslage schnappen und ich kann jede Runde eine von meinen Kartenkarten in meine Auslage spielen, es ist so, es ist alles so eingängig und es ist alles so klar und dann beim ersten Mal spielen hat man es halt überhaupt nicht gecheckt, dann hat man das nämlich genau falsch rum gespielt und hat es, also dieses, dieses Umdenken im Gehirn, dass ich quasi am Anfang Karten spielen muss, die sehr hohe Voraussetzungen haben, weil ich die ja zuletzt werte und ich diese ganzen Voraussetzungen damit in Folgekarten schaffen kann, ich aber gleichzeitig niedrige Karten spielen möchte, damit ich aufsteigend spiele, das ist echt super schwierig zu begreifen am Anfang, es macht mir immer noch Spaß, da ja so ein bisschen zu gucken, welche Kombinationen kriege ich hin, ich möchte, zum Beispiel, ich habe noch nie eine Runde geschafft, wo ich zwei Sets vervollständigt habe, was würde ich gerne mal hinkriegen, quasi zwei Sets werten zu können oder ja bestimmte Anzahl von Symbolen werten zu können, bestimmte Punktzahl zu überschreiten, da kann man sehr viel machen und macht immer wieder Spaß und man hat immer wieder eine neue Herausforderung, sehr, ein sehr schönes Spiel, was wirklich einfach ein bisschen einsteigerfreundlicher, ein bisschen eingängiger ist als Fantastische Reiche, durch die fehlenden Texte, bei Fantastische Reiche muss man einfach jede scheiß Karte kennen, um zu wissen, was coole Kombinationen sind, hat, bietet aber, es bietet einfach den gleichen, den gleichen Fluss, bietet irgendwie so das gleiche Gefühl, wenn man dann in die Wertung geht. Ja, da muss man einfach sagen, es führt kein Weg dran vorbei, dass Hitstar die Nummer 1 ist. Ich glaube, es gab auch kein Spiel, bei dem ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es annähernd so gut angekommen ist in allen Runden wie Hitstar. Also, ob das nun Spieler waren, ob das Nichtspieler waren, vier Spieler, jede meiner Spieler, in jeder meiner Spielerrunden ist das unfassbar gut angekommen. Es hat sich jeder gekauft, es ist, also es ist wirklich ein unglaublich geiles Spielprinzip, dieses, wir scannen einen QR-Code und dann wird ein Song abgespielt. Es funktioniert einfach und man muss es einfach mal irgendwie, also, man stellt sich so ein Anno Domini vor, was ja total langweilig ist eigentlich, bei dem wir aber nichts anderes machen und dann nehmen wir Hitstar und es ist einfach tausendmal geiler, es ist einfach tausendmal geiler, wenn man die Musik hat, egal ob man nun, ja, eine sehr introvertierte Runde hat, die es irgendwie sehr analytisch angeht oder man hat eine sehr extrovertierte Runde, die einfach laut mitsingt und ein bisschen Party macht dabei, bei der das Spiel einfach nebensächlich ist. Es ist völlig egal, es funktioniert überall super genial. Ich freue mich schon auf die neue Summer Hits Auflage, die ja jetzt im Sommer hoffentlich dann kommt. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken und dann auch einfach, kann man auch einfach mit in das normale Hitstar mischen. Ich habe mir auch die holländische Version, diese Party, nee, wie heißt das, nicht Party, nicht Schlager, die Schlager-Variante könnt ihr vergessen, ähm, die, ähm, wie heißt denn dieses Wort, dieser Ausdruck, ähm, 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 guilty pleasure, genau, guilty pleasure heißt es. Habe ich mir auch geholt, habe die holländischen Songs irgendwie, soweit es geht, irgendwie aussortiert, habe jetzt alle Karten gemischt und, ja, dadurch hat man einfach nochmal eine größere Auswahl. Mega, also, es ist wirklich ein, ein, es ist das Party-Spiel, das mit, ich würde fast sagen, mit Abstand das beste Familienspiel des letzten Jahres, ähm, ja, und ich frage mich tatsächlich, warum noch nicht mehr Leute auf die Idee gekommen sind, diesen QR-Code von Spotify zu benutzen, also ich hatte dann auch schon überlegt, das wäre eigentlich ganz geil, man könnte da auch so eine Drei-Frage-Zeichen-Version vormachen, bei denen du, äh, quasi, ja, QR-Codes für die einzelnen Kapitel der einzelnen Folgen machst, und dann kann man da auch irgendwie, macht man irgendwie eine Rangfolge, oder man muss diese Folgen benennen, man muss das irgendwie erraten und so, da kann man so viel Kram mitmachen, da, ja, muss ich sagen, ist noch sehr viel Potenzial, ja, ganz, ganz tolles Ding, und ich, also, wer das nicht auf die Platz, auf den Platz 1 hat, der hat es, glaube ich, noch nicht gespielt, muss ich sagen, ähm, ja, bin ich, bin ich mal gespannt, schreibt mal in die Comments, ob ihr das genauso gut findet, und ob ihr meint, dass das verdient wäre, ich würde mich, ich würde mich fast wundern, aber, äh, schreibt doch gerne mal in die Comments, was euer Platz 1 wäre, wenn es nicht Hits da ist, bin ich sehr gespannt drauf, welches so bei den Familien, Spielen bei euch sehr gut angekommen ist, ja, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch mit dem Video, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, ja, Input geben, ein bisschen unterhalten, dass ihr, ja, ein bisschen abgelenkt wurdet von dem tristen Januar, den wir ja tatsächlich immer noch haben, ich hoffe, der Januar geht bald vorbei, ist wirklich ein schrecklicher Monat, muss man sagen, und, ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein weiteres Video schaut, hier auf meinem Kanal, ich habe hier zwei Vorschläge, zum einen, ein gespielt Video, hier oben und hier unten ein Video, was der YouTube Algorithmus euch vorschlägt, vielleicht ist ja was für euch dabei, vielleicht kennt ihr das ein oder andere Video noch nicht, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen, bis dahin sage ich, ciao, tschau, ciao,